hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem kleinen bombenexempel wir zeigen euch was für schöne kleine feuerwerke man mit so netten bomben machen kann pick up the pace ok ich habe keine ahnung was das in dem level bedeuten soll reading this only uses uptime you don't have chop chop auch scheiße drei module 3 strikes aber nur drei minuten zeit für die bombe nachzu scheiße ja ok wir müssen uns diesen mal echt gut koordinieren aber wenn wir so wie gerade eben noch zwei minuten übrig haben ich hoffe nicht dass irgendein blödes modul kommt ich starte sie jetzt ok und natürlich geht gerade irgendwie mein streaming in die knie ok also drei minuten bombe und ich sehe sie jetzt scheiße ich habe zweimal pacman ok erst die drähte ich habe sechs drähte vor mir blau blau rot gelb gelb weiß gelb was 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 blau rot gelb 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 weiß gelb also fünf 5 drähte dreimal gelb 6 drähte ja haben wir ein rotes haben wir einen roten dann den vierten hat gestimmt ok ich habe zweimal pacman drin ich nehme den ersten jetzt also die grünen kreise sind zweite schalte zweitletztes da ist ein roter 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 zweite spalte zweitletztes und eins zu drei vierte spalte tschuldigung vorte zeile zweite spalte ok ja mein weißer button ist die zweite zeile zweite spalte halt halt du musst ja erst wissen wo ich bin mein button oder mein kursor ist zweite was zeile 2 2 2 2 2 und ich muss nach äh zweitletzte zeile ganz rechts ok dann gehen wir nach links ok bin ganz am rand dann äh zweimal runter ok ich bin auf der höhe von dem grünen hast du ja bin schon dann nach rechts wieviel äh dann hoch ja wieviel eins sag immer wieviel ok ich bin in dem kreis jetzt eins hoch ja ok eins hoch eins rechts eins hoch eins rechts eins hoch bis du ganz oben angekommen bist ja bin ich dran ok jetzt gehts eins nach rechts ja oh das schaffen wir nicht was ja weite 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 rät mit mir jetzt gehts eins runter ja ich bin eins nach rechts ja bin ich bin dann runter 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 ok drin anderes wir haben noch 20 sekunden äh dritte zeile ja das packen wir nicht ja das schaffen wir nicht wir haben verloren ich probier mal so ein bisschen na na scheiße aah ok ja wir sind explodiert das labyrinth ist verdammt schwer ok woran sind wir gestorben explodiert time remaining ach ich hätte es vielleicht sogar explosion ach mace mace explosion ach kacke sollen wir direkt nochmal einen aufnehmen bitte komm wir probier uns nochmal ja komm einen machen wir ja einen machen wir noch gleiches level ok retry diese scheiß labyrinthe ok also ich nehme die banbe in die hand ok der sieht gut aus also drei drähte zwei blau 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 gelb ja welchen blau blau gelb ähm warte 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 äh das letzte blaue muss durch ich also zweite ok hab ich monitor es steht ne 4 drin ok warte ne 4 heißt äh den button in der vierten position ok vierte position steht ne 1 jetzt ok ok äh in the same position as you press in stage 1 ja in der vierten position ja in der vierten position da steht jetzt ne 3 also 4 1 4 3 ok nächstes es steht ne 1 drin ok ähm same label as you press in stage 2 also ne 3 ok also 4 1 4 3 3 3 3 ok 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 jetzt steht ne 2 drin jetzt 2 äh press the button in the first position das ist ne 2 3 also 1 2 also 1 2 jetzt kommt ne 2 dann same label you press in stage 2 also ne 3 ok hat geklappt jetzt habe ich ein maze erste zeile erste spalte vierte zeile erste spalte ok wo ist dein ding mein cursor ist erste zeile vierte position und ich muss dritte zeile was 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 welche zeile erste zeile vierte spalte ok und ich muss dritte zeile dritte spalte nochmal fack was nochmal wo also die buttons sind wo ist dein wo ist dein erste zeile vierte spalte und ich muss nach 3 3 ja ok lohnts mich 3 3 ich weiß gar nicht wo du bist ich bin in erste zeile vierte spalte dritte spalte nein nein erste zeile dann ganz nach rechts an den rand ja bin ich schnell 18 sekunden ganz nach rechts an den rand ja bin ich schon 1 runter ja bin ich 3 nach links bin ich 1 runter wir haben es geschafft wir haben es schon geschafft wir haben es schon geschafft ach du so 3 sekunden vor schluss alter vater und wer ich hab dich ich hab dich immer nicht gehört weil das so gewidert hat weißt du immer du warst auf es war auf einmal du hast gesagt zeile und dann ist das andere runter gegangen ach so soll man uns vielleicht das excel system für das maze angewöhnen dass ich sag a1 oder oder also du weißt dass wir die spalten als buchstaben machen und die zeilen als zahlen oder jetzt müsste man sich noch jetzt müsste man sich halt noch überlegen was ist a ja a ist ganz oben oder ja a ist erste spalte b ist zweite spalte c ist dritte spalte ach ach die buchstaben sind die spalten genau und die zahl ist die zeile so wie bei äh so wie bei excel oder bei schiffe versenken ok ok aber es war echt spannend und alle die gedacht haben wir sterben wieder ja einsatz verloren auch für alle die bei steam jetzt wieder dabei sind ihr dürft wieder gerne mit einsteigen ihr dürft wieder mitwenden es gibt ja schon einige die jetzt hier revolopunkte gesammelt haben ich guck grad mal oh das sieht gut aus wir sind so gut ja denke ich mir auch so also äh vielen dank dass ihr bei youtube mit zugeschaut habt ich danke dir vielmals fürs zuschauen morgen gibt es dann die nächste bombe wir haben es echt geschafft ich glaube es echt nicht und ja ich danke dir vielmals und bis morgen ciao ciao bis morgen bis morgen